moin leute server city es geht weiter meine geliebte frau ist dabei ich kann durch blöcke gehen und der tonto ist auch dabei der gerade seine neu entdeckten fähigkeiten ne ernsthaft ich kann nicht alter ich sehe jetzt die ey das geht mir auf den sack langsam ich bin im block und sehe jetzt hier tatsächlich die ganze welt unter mir ich sehe lava ich sehe alles wo bist du denn an einem geheimnisvollen ort das ist kacke jetzt kann ich hier nicht mal abbauen oder was da hinten ist eine kiste da hinten muss er da hinten ist eine werkbank irgendwie ist jetzt seltsam matzo guck mal hier siehst du warte jetzt geht es nicht kannst du die abbauen was da hat sich schon erledigt die frage ok da baut bei mir die blöcke nicht mehr ab du bist bei mir jetzt unter der erde mhm du hast ja auch eine ganz komische ecke obwohl die aussicht ist ja klasse siehst du bin ich bin gerade unter der erde siehst du mich ja klar sehe ich dich stehst hier vorne genau und jetzt guckst du mich an ja es ist kacke dass du jetzt gerade die blöcke weggehauen hast weil ich bin jetzt unter der erde gerade ist doch kacke ey wirklich ich weiß nicht was du da hast quiet game back to titel screen breg wirklich so jetzt habe ich hier auch die länder toll was hast du denn kaum ist matze da und schon ist hier wieder ein ganzer krater entstanden krater du hast gesagt ich soll da blöcke abbauen ja aber dann die okay so dann mach ich mal hier weiter ey das ist ganz seltsam und komischerweise immer wenn wir irgendwie die aufnahme beenden oder nachdem wir die aufnahme beendet haben leines bist du noch da am lieben ja oh ja so sehr schön sehr mysteriös was du da immer hast ja naja du musst dir mal meine aufnahme anschauen also jetzt nicht mal um die klicks zu bekommen von dir die habe ich ja sowieso aber 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 nur mal um zu gucken oder zu sehen was sie bei mir so abgeht das ist wirklich sehr mysteriös und ich mach mir langsam Gedanken um den shader wenn ich mal dazu sagen darf warum du hast doch vorher auch schon immer so einen komischen krams ne hatte ich nicht nein so gut das ist wenigstens die alles auf einer ebene sehr sehr komisch das ist seltsam so Frau unser Haus ist fertig das ist aber sehr schön maust du noch irgendwas? nö bau da jetzt noch ein paar üfen rein ja ich habe uns eben auch noch mal ein paar steine besorgt so eventuell für den Kellerausbau oder so ach warte ich mache hier noch eine Schlafetage rein wieder äh das müsste ja das passt auch das passt hallo Schwein ok so kann ich das jetzt hier auch nochmal äh haben wir noch? haben wir so dann bau das jetzt hier nochmal ab und dann so dann brauchen wir was haben wir denn? sehr gut also ich so jetzt huch was sagst du? Entschuldigung ich würde gerne dann schon mal wirklich tunnelmäßig anfangen glaube ich kannst du ja so hast du denn Wegpunkt für die Richtung? nö das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen ja ich habe einen Wegpunkt in die Richtung dass man hier wenigstens schon mal guckt von wo aus wir denn mal starten könnten ja ich kann dir gleich mal zeigen ähm äh wo habe ich denn? da in welcher Richtung Server City liegt das kann ich dir gleich schon mal zeigen mh und zwar bist du hier in die Richtung wo ich jetzt gucke ok 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 dann ähm ok ok ja ok äh blödsinn ähm blödsinn haben wir hier genau das habe ich gesucht das ist nichts mehr das Ding brauchen wir nicht bäh ich war es nicht ich war es nicht so lalala 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 ist das schick dann könnten wir hier eigentlich nochmal wegen die Sicherheit so so tun ich finde die Gegend einfach nur geil ja auch gerade mit den Shadern ein Hammer ist ein Burner robot ist ein Burner dann brauchen wir hier eigentlich den Schornstein so ähm zack wird schon wieder dunkel ich komme mir ich komme mir uranier so ich wollte gerade was schauen aber ok so und was macht ihr gerade so also allein das Tunnel und du Matze? äh Haus ok ich mach gerade noch die Hütte fertig ja wo war denn das jetzt? äh das ist über das ist da müsste das eigentlich zack ne zack da ist er so ach ja 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 ich meine die nicht klasse war ja abzusehen das ist eh nicht gesund ach aber Cola ja Cola ist ja quasi kalter Kaffee na klar gehen wir ins Bett ich warte nur auf euch liegst du schon oder was? ne ich kann doch nicht liegen aber ich warte schon jetzt liege ich hoch t mars achter ok bist kurz eingedickt auf ihn bist du doof ey ja bin ich ... Wir wundern, ich esse nur gerade Salzstangen. Während der Aufnahme? Das gibt's ja nicht. In der letzten habe ich Würstchen gegessen, ich muss mich ja irgendwie steigern. So. Ich nehme aber auch immer die blödesten Wege, ey. So. Jetzt geht das wieder los, immer wenn ich geschlafen habe, anscheinend. Das ist allerdings profisch. Jetzt seh ich schon wieder hier durch die Welt. Leute, ich geh nicht mehr schlafen, tut mir leid. Okay. Soviel zum Energy. Ey, das ist ja seltsam. Sehr, 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 sehr komisch. So. Äh, ja. Ich geh nur eins kurz raus. Komm jetzt wieder rein. Und ja, jetzt kann ich sie wieder sehen. Okay. So. Also ich hatte mal alle F-Tasten gedrückt. Ich habe hier nirgendwo gesehen, dass hier irgendwelche Chunks wieder nachgeladen wurden. Äh, das geht auch ganz fix. Das siehst du so eigentlich nicht. Ja, aber bei mir hat sich jedenfalls nichts getan. Also Kies, Kies. Woran es lag? Ich weiß es nicht. Äh, da hatten wir nichts. Ne. Ach, diese Bäume wollte ich noch nachpflanzen. Ist aber ein schickes Haus geworden, glaube ich. Ich finde es, ich finde es gut. So. Und ich werde hier nochmal, glaube ich, alles abreißen. Beziehungsweise, warte mal. Ah, dieses Wasser, da möchte man reinspringen. Ja, geil, oder? So ein Traum, oder? Oh, ja. Wunderschön. Ah, hier ist Lehm. Oh. Minecraft abgestürzt. Ach du. Immer was Neues. OpenGL Error. So, bei mir ist schwarz. Alles schwarz. Ach nee. Hm. Hast du das gut? So, Minecraft ist komplett abgekracht. So, warte mal kurz. Ich geh wieder rein. Oh nein. Der seltsam. Woher nicht denn das? Muss mal gucken, ob das in der LP-Welt auch der Fall ist. Muss ja sowieso heute nochmal aufnehmen. Unter anderem, ähm, die Bohnen. 17 Uhr 46. Okay, yo. Und der Greenscreen hat ein paar Fehler gerade, aber nein, halt. Also, momentan ist alles ein bisschen buggy. Ich hab so das Gefühl. Ob LS oder, äh, ob Minecraft, irgendwie läuft alles nicht mehr. Damals war alles besser. Ja, sowieso. So. Und wieder on-air. Ähm, ja. Machen wir gleich zwei Spitzhacken. Ihr seid zu wohl. Sag doch mal was. Ja, kommen wir gar nicht zu Wort. Martin, du bist Let's Player. Ja. Ja. Das wird ja... Ich zeig ja gerade quasi hier... Manchmal muss man diese... Was ist ein Tutorial quasi, wa? Manchmal muss man die Stimmung ja auch einfach nur auf sie wirken lassen. Was für die Stimmung? Und dem Zuschauer die Zeit geben... Alles erstmal zu realisieren. Ja. Gehst du mal... Ein bisschen... Genau. Zack, zack. So, jetzt müssen wir hier nochmal andere Tulpen suchen. Mir ist mal aufgefallen, das Problem, ähm, vorhin mit den Blöcken, also dass ich jetzt hier zum Beispiel durchschauen kann und die Welt sehen kann, hatte ich vorhin ja nicht, als wir in der Höhle waren. Heißt also, du musst wirklich an dem Schlafen liegen, aus irgendeinem Grund, die... Weil bis dato haben wir ja nicht geschlafen, weißt du? Das kann sein. Und da war ja noch an das okay, ich weiß noch nicht woran es ist. Also wie man das jedenfalls bei ihm kann, meine ich. Aha. Aha, aha. So. Da reißt er die Mauer wieder ab. Ey, bist du einer, ey. Spionierst du? Nein, ich guck nur. Ja, ja. Ich guck nur. Wie das aussieht von hinten, ist ja geil. Der, der in den Baum kackt. So ungefähr, ja. Der in die Blätter pinkelt, sodass das Hartz IV dann quasi rauskommt. Gibt's ja eigentlich nirgendwo Blumen? Ich bin was hat er dabei gesagt. Ich bin was hat er dabei gesagt. Ich hätte gern Blumen. Da hinten sind noch welche. Ach guck mal hier, kann ich gern... Du wieder? Ja. Wer war denn dran? Du. Ich? Echt? So. Leines kann ja auch abmoderieren, wenn sie will. Also nein, okay. Matze? Ähm, ich bin hier grad ein bisschen verwirrt. Warte. Ja, ja, ich auch. Wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben dalassen. Ähm, den Kanal vom Kollegen auch mal reingucken. Jekyll Studios. So. Jo. Ansonsten, ähm, Kommentare schreiben. Und halt das machen, was man auf YouTube halt immer so macht. Richtig. Und den Kanal vom Matze verlinke ich natürlich auch in der Videobeschreibung. Also davon abgesehen. Wir bedanken uns. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Aufnahme von MendeKrafte. Tschüss. Und tschüss. Tschüss. Tja.